Hallo, Servus bei Lano Anhänger. Danke, dass ihr bei uns vorbeischaut. Kommt kurz mit mir. Ich zeige euch kurz, wer wir sind. Wir sind ein kleines, eingeschworenes Team. Wir sitzen in der Mitte, im Herzen des Pinzgaus und haben dort vor zwei Jahren ein Anhängerzentrum etabliert, wo wir euch mit diversen Qualitätsmarken unterstützen. Ganz egal, ob für den kleinen privaten Kunden oder für den Firmenkunden. Vom 750 Kilo Hänger bis zum 3,5 Tonner, ob man kippen können soll, ob ein großes Plateau sein soll, ob man ein Tag haben soll. Bei uns ist alles möglich. Nichts gibt es nicht, geht nicht, gibt es auch nicht. Wir haben unsere Partner, mit denen wir Sonderlösungen realisieren können. Ihr könnt euch auf uns verlassen, ihr seid bestens aufgekommen. Danke, wir freuen uns, wenn wir euch bei uns im Zweifel sehen. Ciao.